Wer ist arroganter, die aus Berlin oder die aus San Diego? Der Test jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt ein gutes Bier und könnt die nächsten Minuten zusammen mit mir genießen. Ich will heute testen, wer ist arroganter, Berlin oder San Diego? So, und diejenigen, die von euch jetzt Fragezeichen im Gesicht haben, denen zeige ich mal, was ich hier habe. Es ist das Arrogant Bastard Ale, American Strong Ale von Stone Brewing. Das wäre jetzt noch weiter nichts Außergewöhnliches, aber ich habe es zweimal. Und auch diese beiden Dosen sehen eigentlich auf den ersten Blick relativ identisch aus, aber schaut mal da, die hier ist schwarz, die hier ist oben silber. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Stone Brewing braut das Bier in San Diego, aber auch in Berlin. Berlin, schwarzes Deckelchen, San Diego, silbernes Deckelchen. Und ja, ich habe mir gedacht, als ich mit Steve bei Stone Brewing geredet habe und er mir auf einmal verraten hat, hey, in Berlin wird gar nicht dasselbe Rezept verwendet für den Arrogant Bastard oder zumindest in Nuancen abgewandelt, wie es in San Diego ist. Und das hat möglicherweise nicht nur was damit zu tun, dass andere Zutaten verwendet werden, sondern man adaptiert manchmal die Biere auch an den lokalen Geschmack. Und jetzt ist meine Frage für mich selber gewesen und ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ihr seid dabei, wenn ich das das erste Mal teste, schmecke ich mit meinen zugegebenermaßen gut trainierten, aber wenig ausgeprägten sensorischen Fähigkeiten einen Unterschied zwischen Stone Brewing Berlin, Stone Brewing San Diego. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, eine Dose mitgebracht und wenn man sich das mal anschaut, 0,5 Liter kommen aus Berlin, 7,2 Volumenprozent Alkohol und 7,2 Volumenprozent Alkohol hat man auch in San Diego reingebracht. Allerdings ist es da One Pint und wenn man das mal nebeneinander hält, es ist ein bisschen mehr. Also es geht an dieser Stelle schon mal zumindest positiv für Berlin aus, ein klein bisschen mehr in der Dose. Das Pint ist ja ein bisschen weniger als der halbe Liter. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, damit ihr das mitverfolgen könnt. Wie gesagt, silbernes Käppchen ist Amerika, habe ich mir gedacht. Ich markiere das typisch amerikanisch mit einem Donald das Glas. Das ist keine Anspielung oder doch irgendwelche existierenden Donalds. Und ich werde einfach mal schauen, gibt es tatsächlich einen Unterschied? Riecht man was? Schmeckt man was? Sieht man vielleicht auch schon was? Und wie gesagt, immer wenn ihr den Donald seht, dann ist das Stone Brewing San Diego. Und ich werde jetzt mal das Bier hier reinbringen. Wie gesagt, American Strong Ale, ein wahrer Klassiker in der Craft Beer Welt, ist dieses Bier. So, das bewerte ich jetzt mal noch nicht, weil ich will ja eigentlich auch nur den Unterschied mir anschauen. Das machen wir mal Berlin auf. So, und schenken das Ganze dann auch hier ins Glas. Ich muss mal schauen, dass ich das halbwegs identisch eingeschenkt bekomme. Das ist mir jetzt natürlich nicht ganz genau gelungen, aber wenn wir uns das mal anschauen. Ja, also man hat dieses schöne dunkle Bernstein mit einem leicht rötlichen Einschlag auf beiden Seiten. Man hat einen schönen, beigen, cremig, feinen Schaum, haftet mittelprächtig am Glas auf beiden Seiten. Von der Optik her muss man jetzt tatsächlich sagen, man sieht ein bisschen mehr Kohlensäure auf der Berliner Seite. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man da jetzt nicht von einem großen Unterschied sprechen. Weil ich jetzt fast sagen würde, der Schaum aus Berlin wirkt hier ein bisschen stabiler, mag aber auch ein bisschen daran liegen, wie das Glas eingeschenkt wurde. Es hat ja ein paar Sekunden gedauert. Aber ich sehe ein bisschen mehr Kohlensäure in Berlin und auch ein bisschen mehr Schaum. Schauen wir mal, was die Nase dazu sagt. Erstmal San Diego. Ja, schöne grasige, aber auch karamellmalzige Töne. So schön röstmalzig. Und jetzt mal Berlin. Kurz neutralisieren. Das ist jetzt tatsächlich spannend. Diese Karamelltöne sind deutlich weniger ausgeprägt in Berlin. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Das ist ein sehr deutlicher Unterschied schon in der Nase. Und was San Diego vielleicht gerade in der Menge verloren hat, den Punkt, den gewinnt es auf jeden Fall im Aroma. Also es ist tatsächlich so deutlich. San Diego deutlich röstmalziger, viel karamelliger. Berlin auch, aber in der Intensität deutlich geringer. So, jetzt machen wir mal den ersten Schluck. Wir fangen wieder mit San Diego an. Kräftigst röstmalzig. Da ist viel, viel Röstaroma drin. Da ist so auch ein bisschen verbrannte Karamell mit drin. Da ist ein bisschen ganz leicht Schokolade mit drin. Da ist vor allen Dingen viel Hopfenbitterkeit drin. Bitterschokolade kann man da so ein bisschen auch drin erkennen. Aber die Bittere, die kratzt schon sehr, sehr kräftig. Ich mache jetzt was. Sie weiß, das sollte ich jetzt gleich anders machen. Aber den Aufwand muss ich ein bisschen limitieren. Ich spüle jetzt meinen Mund nicht aus, sondern ich nehme zwei Schlücke von dem und versuche damit erstmal Stone San Diego wieder los zu werden. So. Und das, was wir im Aroma gehabt haben, das ist sehr, sehr, sehr spannend jetzt für mich. Das, was wir im Aroma gehabt haben, merkt man jetzt tatsächlich auch im Bier. Es ist die sehr reduzierte Variante vom Hurricane Bastard aus San Diego. Es ist bitter. Es ist röstmalzig. Es ist karamellig. Es ist alles da. Aber es wirkt einfach ein bisschen schaumgebremster. Obwohl es einen intensiveren Schaum hat. Es hat auch einen Tick weniger Vollmundigkeit. Es ist sicher auch eine Spurschlanke von der Kohlensäure. Das müsste ich jetzt... Jetzt gehen wir wieder zurück zu meinem Donald in San Diego. Kohlensäure würde ich sagen, ist sehr identisch. Aber es wirkt natürlich auch wieder deutlich intensiver hier auf der San Diego-Seite. Texture auch dadurch, dass... Es wirkt auch einen Ticken... Es hat so einen leichten, öligen Einschlag... Das San Diego-Bier, das ist Berliner Bier, nicht hat. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin total verblüfft. Ich habe mir das gemacht und habe mir gedacht, naja gut, man wird das Rezept ein bisschen angepasst haben. Lokale Zutaten hat Steve ja auch gesagt in dem Interview und halt an die lokalen Trinkgewohnheiten. Aber dass der Unterschied tatsächlich so spürbar ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumal ich ja sagen muss, die Dose, die ich aus Kalifornien mitgebracht habe, hat sicher den weiteren Weg gehabt. Ist mit dem Flugzeug geflogen, während wahrscheinlich die Kühlkette beim Bier aus Berlin deutlich besser war. Geschmacklich ist es aus San Diego deutlich intensiver. Es ist dasselbe Bier, das kann ich unterschreiben. Wenn man so sagt, diese Puzzlestücke passen alle wirklich gut zusammen. Das Berliner Bier ist einfach das, was ein bisschen zurückhaltender ist. Aber so ein bisschen, so viel ein bisschen, dass man es tatsächlich schmecken kann. Es ist auch keine Enttäuschung. Ich will da jetzt gar nicht drüber urteilen, dass das Berliner Bier vielleicht das schlechtere Bier ist oder dass man da weniger fürs Geld kriegt oder irgendein Blödsinn. Aber es ist vermutlich tatsächlich so gedacht und gemeint und gemacht, dass der Berliner bzw. der Europäische Gaumen dann eben doch mit diesen etwas harschen, heftigen, hopfigen Bieren, also der Arrogant Bastard aus San Diego ganz klar der aggressivere, der ungezähmtere Vertreter unter dem Craft Beer. Und das ist natürlich was, wenn man damit in einen Markt reindrückt, der nicht so ganz Craft Beer geöffnet ist, noch, wie das vielleicht der amerikanische Markt schon seit ein paar Jahren ist, dann möglicherweise wird es auch mit der Wirtschaftlichkeit und der Möglichkeit, dieses Bier im Handel oder in der Gastronomie abzusetzen, wahrscheinlich auch schwieriger. Ich philosophiere jetzt ein bisschen pure Spekulationen. Aber was ich sagen kann, Escondido bzw. San Diego gegen Berlin, wenn man das jetzt vielleicht in Stufen ausdrücken sollte, wenn das hier eine Intensität in 10 hat, dann hat Berlin irgendwas, was so zwischen 6 und 7 ungefähr liegt. Um euch jetzt mal einfach so ein Gefühl zu geben, was ich euch im Video nicht vermitteln kann. Was bei beiden ist, ist die Bitterkeit und auch diese, die grasigen Hopfen, die bleiben dann schön schön lange hinten im Nachtrunk. Klar, dass hier auch wieder San Diego oder Escondido ein bisschen gewinnt, weil einfach die Intensität stärker ist und dann hält das einfach auch ein bisschen länger nach. Und ich habe jetzt schon lange nicht mehr getrunken, aber ich habe immer noch diese Bittere im Mund von dem Arrogant Bastard. Und das ist ja auch letztendlich das Kennzeichen von diesem Bier. Ich mag das Bier und ich würde auch ein vielleicht versöhnendes, jetzt, wir haben ja gar kein trennendes Element gehabt, aber auf jeden Fall kriegt der Arrogant Bastard von mir, von ProbierTV, sowohl aus Berlin als auch aus San Diego, 4,5 Punkte von ProbierTV für das Bier, das sowohl in Escondido bzw. in Berlin gebraucht wird. Es war ein großer Spaß für mich. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, wenn ihr das nächste Mal in den USA seid, bringt euch mal eine Dose von einem Bier mit, von dem ihr wisst, dass es möglicherweise auch in Europa gebraucht wird. Muss ja nicht der Arrogant Bastard sein. Von Stone gibt es noch das IPA, was man auch mal probieren kann. Werde ich definitiv bei meiner nächsten Reise in die USA mir mitbringen. Und was gibt es denn noch für Brauereien? Vielleicht kennt ihr Biere, die in den USA gebraut werden oder auch in Europa. Und dann werde ich das einfach mal probieren. Also auch ganz absurde Dinge. Heineken können wir mal probieren. Vielleicht auch eine Idee. Einfach mal aus irgendeinem anderen Land der Welt eine Heineken-Dose mitbringen und einfach mal gucken, ob man auch bei so einem Bier Unterschiede schmeckt, wie das im jeweiligen Land dann an den Mann oder die Frau gebracht wird. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren und ich freue mich über euer Feedback zu meinen Arrogant Bastards. Mit denen werde ich mich jetzt noch zurückziehen. Ich habe ja jetzt genug davon und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video hier bei ProbierTV. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Tschüss. Vielen Dank.